Geschmacksexplosion. Bleibt dran, wenn ihr wissen wollt, warum. Wir sind heute wieder für euch in Mannheim unterwegs und haben den Tipp bekommen, in der Pizzeria unter Freunden vorbeizuhauen. Ich habe mir heute eine vegane Pizza bestellt mit gegrillten Gemüse und sogar frischem Rucola drauf. Ja, man. Fertig, der kann man. Mit dem klopigen Teig. Vegan. So, was wirst du sagen? Ich habe Aubergine Pamsa. Ich bin richtig gespaltet. Ich gebe nichts mehr davon. Wir haben hier gerade einen Gruß und Empfehlung von der Bar bekommen. Und zwar Sati Sauer. Läuft hier gerade extrem gut und man munkelt. Das wird das neue Sommer halbgetränkt in Mannheim oder vielleicht sogar ganz Baden-Württemberg. Mal schauen, was ihr da draus macht. Ich darf probieren. Geil. Ich habe diesen Geschmack noch nie so auf meiner Zunge gehabt. Ich bin dafür. Auf jeden Fall wird das das neue Sommer halbgetränkt. Bitte, bitte macht was draus.